Okay, Chad, ich würde sagen, wir drehen am Rad. Also, wir haben hier einmal drauf, nur grüne Items, only Shotgun, nur Bunkerwaffen, kein Heal, Skybase, kein Crosshair und nur Zugloot. Okay, das ist jetzt die erste Runde. Ich sage das Beste, was mir jetzt in der ersten Runde passieren kann, weil in der ersten Runde brauche ich eine Banger-Runde, ist nur Zugloot außer Metz. Okay, ich drehe. Bitte gib mir nichts. Bitte gib mir einfach nichts Schlimmes in der ersten Runde. Ich werde mich schon wieder nicht freuen. Machen. Komm, werde ich von oben angeschossen. Oh, mein Loot ist gerade sehr schlecht, Chad. Okay, Fizz haben wir schon mal. Fizz ist das Wichtigste auf der Skybase, ich sage ehrlich. Und die Zone pullt genau in die Mitte. Das ist so schlecht. Wir müssen Metz-Mats haben. Und wir sind. Das ist aber auch schon grüge holt, Digga. Das gilt nicht eigentlich, sage ich ehrlich. Ich muss den ja verteidigen. Und jetzt bringe ich die Metz nach oben. Oh nein, Digga. Der Typ will mich keyen, Bro. Lass mich doch. Ich will doch nur die Spare-Mats holen. Er keyt mich. Ich muss mich verteidigen, Chad. Oh mein Gott, Bro. Was fuckt der so ab? Deans, halt. Egal, ich muss alles mehr Metz nach da oben bringen. Krasser Challenge mit Leuten. Ja, ich bringe alle Metz nach da oben. Ich kann auch jetzt noch nicht von Jetta auf Skybase'n. Boah. Wie? Können wir machen. Cat-Mats oben droppen und Cat-Mats nach unten. Und da ist jemand auf dem Pad. Mann! Oben ist keiner. Gut, Chad. Der Plan geht auf. Da bist du in der fucking Chad. Also, Chad, mein Strat. Ich droppe jetzt hier oben. Cat-Mats, basically. Warte. Ich droppe jetzt hier. Sagen wir mal. Zack, 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 zack. Ich droppe jetzt runter. Farben wir ein bisschen Brick. Jetzt runter zu dem Loot. Hol mir Cat-Mats und dann kann ich von da oben Skybase'n. Chad, soll ich den Typenauten töten für Cat-Matte? Äh, Pickaxe-Swingt. Ich muss ihn töten, sonst sieht es behindert aus wie Team. Oh nein, ich muss ihn töten, Digger. Let the FN on Prime Earthen. Go ahead, Pickaxe-Swingt. Ich muss ihn töten. Ich mach ich jetzt erst mal mit. Soll ich warten, Chad? Oder soll ich schon gehen? Geht nicht, ich mach mit Floss. Und wenn jemand hochguckt, sieht er es eh. Ich bin ehrlich. Ah, nice. Scheiße. Okay, wir müssen mit Woltz machen und ich muss warten, Bro. Ah, let's go. Richtig gute Idee. Richtig gute Idee. Nice, Chad. Let's go, Digger. Let's go. So, wir drehen am Rad. Wir drehen rüber, wir drehen am Rad. Und wenn jetzt Scheiße kommt, rass dich aus. Bitte nicht. Ich hab gerade die schlechteste Challenge schon einbekommen. Bitte, gib mir keine Scheiß-Challenge. Nur Zug-Lut. Hey, das geht klar. Das Problem ist, das wird ein 3-K-Win. Können wir sehen, bitte guter Lut. Ihr sagt ja schon, es geht nicht, dass da eine Scheiß-Challenge ist. Komm. Nice. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab den besten Lut aus dem Bunker bekommen. Nice, und das Ding ist wieder abgefallen. Ach, Bro, ja. Ich werd von hinten. Fuck out. Bro, ich mach doch mal diesen Ding-Sound. Ach doch, da hinten ist echt jemand. Nein, nein, nein. Nein, nein. Bro, wie lucky kann man sein? 38, Bro? Das ist halt trotzdem Sibi, Digga. Muss den töten, Bro. Das ist das Beste, eh? Ja, er cheatert nicht, ne? Muss den töten, Bro. Ja, jetzt wieder ein Headshot, Bro. Let's go. Was zum töten. Kann ich ihn irgendwie holen, während er dasht? Also... Ja, ach... Nein, ich muss ihn töten, Chad. Sonst kann ich die Runde eh nicht gewinnen. Muss ihn holen, einfach outstorm. Ja, ich hab ihn! Das war so Smart Mom's Life. Da hab ich's in Chad. Ja. 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 Oh nice, er pumpt mich. Mein Gott, ist er krank? Man kann nicht schießen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hallo? Dafür ist die Thermalie ja richtig scheiße. Ich kann mich nicht mehr bewegen. GGs. Let's go! Da hab ich zu chat. Nice. Nice, 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 nice. 15 Kilogramm, let's go. Und wir gehen rein in die letzte Challenge. Wir haben noch. Nur grüne Items, ohne Shotgun. Kein Heal, kein Crosshand, nur zu Glut. Bitte gib mir was Gutes. Bitte nicht kein Heal. Okay, das nehme ich. Ich schwör, das ist eine gute Challenge. Ich muss mich in dieser Runde quallen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott, ich bin so gut. Ja. 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 Das ist so weit. Nice, darf ich nichts mitnehmen. Minis, Minis, Minis meckert. Ich glaub, gleich die auch, chat. Oh mein Gott, ich bin der beste Spieler. Er hat den besten Loot der Welt. Goldene Ska, goldene Pump. Er hatte alles. Ich darf nichts mitnehmen. Er hat Flawberries. Ach scheiß auf, Flawberries sollen um nicht rein. Warum will der den unbedingt auf mich, Bro? Was ist das, ihr ... Sohn? Ja, nice. Let's go, Sammy, Bro. Der eine wollte unbedingt nur auf mich. Okay, Chad, wir gehen rein in die nächste Challenge. Seid ihr ready? Okay, 119 Punkte, 125 Squall. Wir brauchen nicht mehr viel. Das geht mir einfach so gut. Okay, Bro, wir werden gerade geblasst. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben die ... Bro, wir haben die schlechte Challenge noch nicht bekommen. Ja, und jetzt dreht er um. Du bist der ... Der ganze Planeten. Du bist der größte Loser, Digga. Ja, und ich bin tot. Let's go. Ich muss hier um mein Überleben kämpfen, Bro. Oh, nein, jetzt hab ich mir padded on. Das ist so lie, Bro. Ach, Digga! Okay, Chad, wir gehen rein in die nächste Challenge. Bitte. Gib mir jetzt einfach um, damit ich mich qualen kann. Only Pump. Bitte Only Pump. Bitte Only Pump. Bitte Only Pump. Bitte, Mann. Ich kann jetzt mal alles benutzen, was ich finde, endlich mal. Ich kann jetzt mal alles benutzen. Das ist der Bot. Bro, man hat keinen Aim damit. Er ist 13 HP, Bro. Wir haben, warte, sind wir schon crawlt? Okay, uns fehlen zwei Punkte zum Safe, zum Crawl. Okay, bitte. Ich gebe jetzt nicht einfach keinen Heal. Keinen Heal ist das Schlimmste, was passieren kann. Das ist das Schlimmste. Ich hoffe, war das wichtig, dass ich ihn da voll boxt. Aber jetzt bin ich low. Ich weiß gar nicht, wie war das, weil ich nicht ehrlich bin. Das ist so schlecht, Bro. Du cheatest und stirbst das zweite Mal gegen mich. Nein, Bro. Das ist so schlecht. Bro, warum habe ich so lag? Ich habe 100 FPS. Nein, Bro. Der darf nicht zu schwimmen. Irgendwas? Irgendwas? Warum habe ich so lags? Bro, Chad, ist das der biggest Klatsch of all time, wenn ich die Runde gewinne? Nein, Bro. No fucking way. Nein. Oh, nein. Das ist die Runde over, Bro. Nein. Und er ist tot an einem anderen, Bro. Nein. Wieso würde er mich da ab? Nein. Wieso würde er mich da ab, Bro? Hast du gesagt, du Cracky? Wenn wir rummachen, machen wir rein. Toll, oder? Du machst das so. Mein Mann ist immer gerade bei mir. Das ist so. Ich glaube, dass es leck war. Jetzt kommt Big Daddy und bin in den Arsch. Ich bin selber lag, wie meine Roman ist. Scheint kann ich mich nicht bauen. Und der Typ baut den Bunker ein wie ein Legastheniker, Digga. Was? Was? Ja, es gibt Bad Vibes, wenn ihr das sagt, Jungs. Checkt jetzt mal langsam, Trigger. Was? War da Pirlo? Ja. War da Pirlo? War da Pirlo? Oder meinst du, war da Pirlo oder so? War da Pirlo das Typ Bad Vibes? Okay. War da Pirlo ist ein Asser? War da Pirlo? War da Pirlo? Der Lady ist sowieso am Dragon Day, ja? Der Lady ist auch, ich bin jetzt am 3B in der Rehe. Die Woodward ist fertig. Egal, War da Pirlo. Tagst du War da Pirlo? Ich bin hier weg, Digga, ich hab nichts. Ne, hast du ja nichts, oder? Ich hab schon erkennen, er hat alles und sagt ihm halt nichts. Er kriegt wieder ein... Der 1-Shot. Ich bin 1-Shot. Der 1-Shot. Der 1-Shot. Der 1-Shot. Warum machst du das eigentlich? Ich schwöre, der ist mir auch einfach aufgefallen. Gestern mit Chagi ihn einmal. Mit 170 AP. 1-Shot. Tick. Ist dir das auch schon mal aufgefallen, Danny? Warte mal kurz, Lutschi. Ja. Ja. Ja, auch 1-Shot. Vorra. Ja, warst du. Ich glaub, die ist ziemlich 1-Shot. Warte, die sind mir jetzt eigentlich liegen, oder was? Von der Hölle, du bist. Ich hasse die Augen über alles, Bro. Ich hasse dich. Ich hoffe, die Simi... Oh, ist das schön. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Ich will mal kurz, bitte. Also ich muss die schnell weg. Gut, wohl T-Ox auch mal rum. Hat der einen Bic gepoppt, Chef? Der Dicke gepoppt. Sehr komisch. Und der Pirlo sagt man kurz, also? Ich will da weg, kurz, also? Ich hab Erde getankt. Das war sehr komisch, Dicke. Irgendwie war der gar nicht so arsch. Du dragst es grad bis in den Zug aus. Valapurlo, ich drags nicht. Oh mein Gott. Ruto ist so unsympathisch, oh mein Gott. Ja, fühl ich aber, Dicke. Das ist über 90. Ich bin Cowartiger, no joke. Feiert Pluto auch nicht. Alapurlo, ich feiert Pluto. Danke Leini. Das war ein Ballkost. Oh, nice, Bro. Mach erstmal wieder 100 Boxen, du shit, aber. Oh mein Gott, ich hab gesellt. Nein, oh, das war krass. Sachsen? Sachsen? Ja. Dann krieg ich dann auch einfach Castle, Dom, Torretto. Das war sehr krass, Cem. Ey, Lenni, gib mal einen Job mal für den Castle. Ich brauch einfach immer ein Wasser. Das ist der Richtigste. Ne, ich brauch einen Job dann. Baller Pirlo. Brody, ich hab gar nichts, Dicke. Und Baller Pirlo? Sorry, nein, nein, nein. Ich lach nicht mehr. Benni, du dragst es doch. Schau mal. Schau mal kurz. Das war schon tot, weil er nicht so gedraggt hat. Baller Pirlo? Ich hab ihn gerade gekillt, Dicke. Nein, das war fast retarded. Oh, jetzt süß der Typ, Alter. Der Platinum Coin ist der beste Coin in den Solos, ne? Hab die gesagt. Wart sogar zwei. Baller Pirlo ist gut, Dicke. Was? Ich feier dich. Ich hoffe, ich feier dich jeden Tag. Tiktok tetio, schreib mir Nachricht. Die Berührung von mir. Am Ende des Tages sind wir alle Soccer. Dicke. Und? Also Dashes müssen das so P-ste-Item-Girl Gang, glaub ich, sein. Ja, Dashes sind das auch P-ste-Item-Solo. Hoffentlich Polsrichtung, Dashes. So, also, einer mit Back-Bling dasht einfach auf meinen Kopf drauf, ohne dass man irgendwas hört. Und das hier, Dicke, der war ja richtig gut. Okay, ich brauch irgendwie nen Refresh. Wie stellen wir das Ganze an, Chat? Ja, das feier ich jetzt halt nicht, Bro. Ja, wurde er, Jona. Der war ja richtig gut, Bro. Holy Shit. Bro, ja, Spray wieder! Nein, der, Bro, er weiß halt, dass ich es bin. Ich schwöre, das ist nicht normal. Fick deine Mutter! Wie kornen sich so welche Leute fallen jetzt? Ich weiß, ich frag mich das wirklich, wie sich so welche Leute fallen jetzt kornen. Er schießt nur auf mich, da fliegt jemand vorhin, er schießt trotzdem weiter auf mich. Fick ihn! Du bist schon einmal getroffen, Renni. Wunderatz! Bei dem Bruder. Schieß ihn an! Ich schwöre ich ihn. Nein, warte kurz, da war ich. Na, dass er nicht stirbt. Und der Typ denkt auch seine Kettensäge macht Wunder, Däger. Ja, Typ. Ich warte kurz. Kettensäge ist so scheiße, Bro. Wisst ihr, wer Kettensäge spielen würde? Ja, National hab ich so das Gefühl. Der ist noch ein Kettensäge im Krieger. Roomstack ist so geil, Bro. Der Typ hat einen Roomstack. Komm. Haben alle Roomstacks irgendwie und ich hab nix. Hä? Äh, äh. Ist das der? Oh, ist das? Dann ist. Wuhh! Ja. Einer dreht wieder durch mit Kettensäge nach vorne. Mit Kettensäge muss man halt aber Instagram gehen. Na, Alter. Wunderbox. Oh mein Gott. Bro, no fucking way bin ich so schlecht. Bro, no fucking way bin ich so schlecht. Ich hab alle Schalt aufgeben. Trust me in der Schraube. Ich hab alle Schalt aufgeben. Böse, böse, böse. Böse, böse, böse. Ich glaub ich gewinn. Ich glaub ich gewinn. Ich gewinn die Runde. Jetzt spiel ich Hyde erst Moving. Und mit Wesens ist Hyde halt verrückt, hab ich das Gefühl. Aber... Ich mach's trotzdem, weil ich bin Hyde-Spieler. Hyde, stay Hyde. Es blieb Mech, Bro. Lief der Typ mich gerade ehrlich? Dann. Außermerz. Lief der Leute live, Bro? Ist das die toteste Lobby ever? Hä? Heid, leider für Heid. Ja, Bro, ich spiel wieder. No match. Maches. 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 Ich werd jetzt B von jedem Einzelnen boolen dann. Ich hab irgendeinen Pro drin. Oh, was macht der Typ? Oh, was macht der Typ? Ja, das war dumm. Ich hätt nicht für den Mal spielen dürfen. Ah, das war dumm. Ich glaub ich hier nicht mehr spielen dürfen. Das war so schlecht, ich weiß nicht, warum wir high fighted? In der ersten Runde fand ich das auch komplett valid, dass ich Raft gelandet bin. Ich verliere, das ist aber auch der anluckigste 50-50 jemals. Ich habe zwei Waffen, eine Gamekeeper und einen Scheißpump und ich kriege natürlich durch die Scheißpump von den Ballen. AdWrf Tigger, get the fuck out. Haben Sie das Moving an sozusagen? Nee, einfach irgendwann hochgegangen und geballfighted, weil ich so Kenbro kann man weiß nicht. Mein erster Wurde im ganzen Jahr, Lenny. Du hattest doch schon einen McKennie, oder? Wie? McKennie, als ich gecoacht habe. Achso, stimmt, stimmt. Nein. Nein. Bro, und jetzt haben wir uns hochgesetzt, weil wir jetzt auch noch. Bro, no way! Warte! Und dann, klick das Opa. Warte! Im ersten Shot als ihr da ist bin ich gesehen, Bro. Warte! Aber wie ist dermen hier rechts? Bitte. Danke. Du bist einer! Wie ist merkbar! Die, 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 die ist so? Die, 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 die hoffen! Was ist das? Ich, das wär's gewählt mit meiner Karriere. Ich komm gleich wieder. Es soll vorbei sein. Du bekommst gleich wieder. Warte. Warte, ich dachte jetzt. Das war richtig gut. Die roten Dash sind so viel geiler als die grünen. Das ist nicht vorbei. Was macht er? Er bleibt aber stehen. Was macht er? 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 Er hat 6 dash. Perfekt. Was macht er? Oh fuck. Was macht er? 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 Vorne tanken kann ich, Idiot. Warte auf, Kenny, Digga. Kenny, ich leak es. Ich juck mich nicht, Kenny. Ich werde es sagen, ich werde es sagen, ich schwöre ich sage es. Oh, wie lucky ist er, dass er genau auf dem Edge landet. Oh, warum pumpen die Leute die ganze Zeit, die Verrückte? Ich werde es sagen, ich werde es sagen. Oh mein Gott, ich werde die ganze Runde abgefragt. What the fuck ist das? Oh mein Gott. 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 Oh, der Digger. Alles drüber. Überraschung Bitte lass mich doch sprinten, Bro Bitte lass mich sprinten, Bro Oh mein Gott, ich krasse gleich so aus Meine Runde brauche ich gar nicht, dass du heute ausspielen Ja, ich ist krank! Mams, da habe ich doch keinen Bock mehr Was ist das? Erklärt es mir einer! Wieso fightet jeder für Hyde? Ich will es wissen!